Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Oh, da glauben Sie mir. Er kann das wirklich. Damit könnte er viel Geld verdienen. Er hatte mal eine Praxis, seine Website stand in der Zeitung, sogar ein Buch wurde über ihn geschrieben. Was ist passiert? Es hat ihn fertig gemacht. Darf ich dich was fragen? Ich, ich habe davor als Medium gearbeitet. Was geschieht deiner Meinung nach nach dem Tod? Ich kenne Sie. Sie sind doch diese Hellseher. Ich verrate dir was. Ich mache das nicht mehr. Ich werde es niemandem sagen. Sie haben mein Wort. Diese Gabe ist eine Verpflichtung. Es ist keine Gabe, Billy. Es ist ein Fluch. Ich glaube, Sie haben den Tod erlebt. Hören Sie. Nein, nein. Ich habe alles, was ich hatte, verloren. Solltest du Angst haben vor dem Alleinsein, das musst du nicht. Du bist nicht allein. Hierafter. Das Leben danach.